Against all odds, the unreliable takes flight und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu The Outer Worlds. So, ähm, und ich kann euch gerade gar nicht sagen, was wollte ich denn machen das letzte Mal? Äh, ach ja, wir könnten mal, wenn wir eben mal gerade hier sind, pass mal auf, ähm, Rüstung 17, 17, wir könnten die mal, 24, haben wir noch eine bessere Rüstung? Nee, ne, 22, sondern der Helm hat 17 Verteidigung, hat die einen besseren Helm als wir dann? Wir haben 26, okay, ähm, so, was hat sie hier? 17, wieso hat sie so einen schäbigen Helm? Nachdem sie uns jetzt begleitet, 26, so, der Felix, der hat noch nix, die Pavati hat einen Helm mit 17, so, ein bisschen hier Micromanagement betreiben wieder, wie CarMax. Ähm, der hat einen Helm mit 21, sehr gut, das heißt, wir können ihn noch ausrüsten hier, kriegt er mal Helm mit 17 hier, klack, was hat seine Rüstung? 12, 17, 22, so, okay, wir schon alle aus wie Spartans jetzt, finde ich gut. So, 24, 17, 21, 26 für den VK, tütütütütüm, okay, Sam. So, Sams Ausrüstung ist mit seinem Chassis verschweißt und kann nicht entfernt werden. Okay, achso, ihn können noch upgraden hier, äh, einschüchtern, generierte Bedrohung, Einschüchtern ist immer gut. So, es ist ein Roboter, der einschüchtert, Fernkampfschaden, Rüstungswerk, negative Ruf pro Tötung. Was, du verlierst weniger Ruf durch Morde, wenn Sam in der Gruppe ist. Das ist ja auch nett. Ähm, ich will das hier. So, was haben wir hier noch? 20% Schaden gegen Roboteinheiten, Aus, was? Ausrüstzeit, Nachladegeschwindigkeit, Fähigkeitsschaden durch Begleiter, 20% Chance bei Fähigkeitsnutzung, die Abklingzeit der Fähigkeit zurückzusetzen. Okay, so, annehmen. So, ähm, dann Parvati, was hat sie denn? Schaden, 142, Sturmgewehr, T und L. So, dann S, äh, D, 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 Gewicht, Verhältnis, Wert, Gewicht, Wert, Gewicht, Verhältnis. Okay, wir machen Namen. Ich dachte, ich konnte es mal nach Schaden sortieren. So, Wächtersäbel, 233, 160. Kriegt sie den Wächtersäbel für den Nahkampf natürlich. Und dann hat sie hier 215 Schaden. Kriegt sie das Sturmgewehr hier. Felix, 168. Der kriegt auch den hier. 217, 526. So, die Ellie hat das Gleiche, hat auch das Schwert hier. Ähm. Eigentlich kann ich ihm das auch geben. Jetzt haben sie alle die gleichen Waffen. Ob das so clever ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. So, dann Inventar. Wie schaut es bei uns jetzt aus? 276 Schaden machen wir damit. Stoßpistole. Joch. Ähm. 558. Okay. Und dann den Schrumpfstrahler. Achso, die braucht Energie-Munition. Verstehe. Okay. Na ja gut. So, haben wir das. Äh. Dann, äh. Werkbank benutzen. Das ist das, was wir hier haben. Mod installieren. Inspizieren. Vergleichen. Reparieren. So. Alle Ausrüstungsgegenstände reparieren. So, dann reparieren wir das mal. Was ist das hier? Opus Zuverlässige. Und Ultimatum Force. Ach, das ist diese Force-Waffe, die wir haben. Die können wir aber nicht reparieren. Doch. Geht lustigerweise. Achso, weil Eren nur die Ausrüstungsgegenstände repariert. Ich verstehe. Sondern das haben wir nicht mehr ausgerüstet. Drum. Äh, drum ging das nicht. Okay. Verstehe. So. Ähm. Dann sind wir ein bisschen repariert. Jetzt ist die Frage. Was machen wir denn Schönes? Nebenauftrag. Waffen aus der endlosen Lehre. Bringe die Wissenschaftswaffe der Groundbreaker an dich. Okay. Kritische Lösung. Finde Captain Arion auf Skylar. Den Hauptauftrag haben wir hier. Das heißt, wir gehen nach Skylar. Landeplatz. Wir fliegen mal dahin. Ich will erstmal alle Nebenaufträge machen. Bevor ich... Destination reached. Scylla. Okay. Bevor ich die ganzen Hauptaufträge mache. Ist relativ simpel. So. So. So, Landeplatz. Welle zwei Begleiter. Vika Max. Du bist zu schwer beladen, um allein eine Schnellreise anzutreten. Aber deine Begleiter können helfen. Nimm mehr Begleiter mit oder reduziere dein Gewicht. Okay. Warte mal. Bevor wir das jetzt machen. Mach dir selbst zu Hause, Captain. Klar. Mach ich. So. Transferieren. So. Trash. Habe ich hier irgendwas? Ja, gut. Den ganzen Schrott nehmen wir. Das haben wir hier. Keine Ahnung. Ähm. Schmeißen wir das hier mal alles rüber. So. Dann Rüstung hier. Äh. So. Ich brauche bloß die Sachen. Tech-Fertigkeiten. Hacken. So. Ich brauche bloß die Hacken-Fertigkeiten noch. Und irgendwo wollte ich noch einen Helm. Der was auf Hacken gegeben hat. Überzeugen. Wissenschaft. Irgendwur wollte ich doch einen. Technik. Schleichen. Medizin. Tech-Fertigkeiten. Technik. Wahrnehmung. Okay. Gut. Ich dachte, ich kann, ähm, da das Hackenzeug mitnehmen. So. Das ist alles, was ich nicht... Und ich weiß, ich könnte theoretisch jetzt natürlich hergehen und könnte das ganze Zeug verschrotten und verkaufen und bla bla bla. Aber wir haben unendlich Platz. Also heben wir alles einfach auf. So. Munition haben wir alles hier. Äh. Das heißt, hier dürfte keine Munition drin sein. Genau. Hier ist einfach nur... Jetzt die Waffen drin. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir haben Platz. 116. Das heißt, wir kriegen unfassbar viel, was wir mitnehmen können. Das finde ich sehr gut. Ähm. So, wen nehme ich denn? Ich nehme die Favati mit. Und den Vicar. So. Weiter. So. Sehr schön. Okay. Das tut mir aber leid für dich. So. Terminal. Status betriebsbereit. Zum Start der Fernlandung bitte. Ausweismodul des Käpt'ns einlegen. Okay. Okay. Es gibt aber Gravitation hier, sonst könnten wir höher springen. So. Okay. Hier ist irgendwas. Gut. Ähm. Was ist das hier eigentlich? Was ist das denn für ein komisches Paddel? Paddelt das Schiff durchs All? Keine Ahnung, was das war. Es klang irgendwie komisch. So. Ach, das ist sie, die da versucht rüber zu springen. Ah, ich verstehe. Okay. Was? Circus Time Frachter entdeckt. Okay. Warum auch nicht? So. Der geht auf von oben, glaube ich. Ja, okay. Also, irgendjemand ist hier, glaube ich, gelandet. Verkaufsautomate entdeckt. Was? Wo? Ach, hier. Vor allem sagt, ich habe den entdeckt, aber ich noch gar nicht gesehen. Schön. So. Bei now with added quality. Hervorragend. Ach, hier ist, glaube ich, eine Atmosphärenkugel. Kann das sein? Ah, ich glaube, das ist ein Kraftfeld hier, was dann läuft. Richtig? Du musst Neugierde. Ja, okay, das war klar. Gut, also die Atmosphäre scheint mir zu schaffen zu machen da draußen. Was, äh, ironisch ist, weil natürlich gibt's... Was war das? Inkommen. Du bist tot! Was? So. Und jetzt bleibst du draußen. Ja, klar, bleib ich draußen. Ist ja logisch. So. Da greifen die mich einfach an. Hier, ich glaube, es hackt. Kinders. So. Incoming! Da-da-da-dum. Banditenangreifer. Wie hast du es geschafft, deinen so großen Frachter zu Fall zu bringen? Hier haben wir eine Werkbank. Schön. Also, die müssten ja wissen, wo wir sind letzten Endes. Alte Zeitung. Alte Zeitung. Eine Ecke des ausgeblichen Blattes ist der Werbung von Circus Time vorbehalten. Circus Time kündigt Troglo-Performance-Tour an. Kommt und staunt! Circus Time wird eure Gemeinde in ein Zukunftszell verwandeln. Unsere patentierten Troglo-Darsteller können tanzen, singen, essen und tanzen. Lust darauf, die Troglos zu füttern? Zwei Bits für einen Beutel Spratt-Schwänze. Möchtest du einen mit nach Hause nehmen? Frag unsere Anwälte. Willst du Teil unserer Meet-and-Greed-Events sein? Schau dir unsere todesmutige Troglo-Tour an. Behalte den Himmel im Blick. Die Troglos kommen. In Klammern, beziehungsweise Sternchen. Troglos sollten unter keinen Umständen das Gehege verlassen. Troglos fressen Menschenfleisch. Unbeaufsichtigte Troglos sollten schnellstmöglich beim nächsten Circus Time auf See gemeldet werden. Troglos keinen Schussgeräuschen, lauten Ausrufen oder unflätiger Sprache aussetzen. Troglos-Schuss ist toxisch und leicht ätzend. Keine Körperteile in Troglos-Schuss tauchen. Circus-Time-Angestellte werden Gäste niemals anweisen, mit Troglos-Schuss in Kontakt zu treten. Niemals. Ein schöner Warnhinweis. Nimm die Dinger mit, kauf sie alle, gar kein Problem. Äh, und dann... So. Gut. Dann haben wir die Banditen schon mal tot. Zumindest ein Teil vermute ich. Ich vermute, es sind noch mehr. Kann es sein, dass das der Grund ist, warum wir die... Warum die Dingens ihre Fracht nicht kriegt? Das ist doch bestimmt der Grund, oder? Die haben das Frachtschiff hier geplündert, beziehungsweise... Ähm... So. Sublight-Schläger. Die haben den Frachter einfach gekapert. Beziehungsweise aufgehalten, dann gekapert. Oh, Lichterketten. Hurra. Wackel nicht mal. Puh. So. Schauen wir mal, was haben wir noch Schönes. Storgi Sims. Nehmen wir alles mit. Plasmagewehr. Ja klar, nehmen wir alles mit. Ist ja logisch. Wir können es ja schließlich gebrauchen. Die Dinge machen einen Krach. Ne, ist unfassbar. So. Was haben wir hier noch irgendwo? Es ist schön, dass hier so viel Schrott auch ist. Ich finde das gut. Schrott belebt bekanntlich das Geschäft. Und ich höre Spreads. Was ist das denn? Ein tollwütiger Spread. Okay. Und die sind weiß. Schön. So richtig schön schneeweiß. Ich dachte erst, oh, sieht der süß aus. Ja, aber ja, tollwut. Ist nicht so geil. Aber gut, was willst du machen? Die machen ganz schön viel Damage. Die würde ich ungern essen wollen, ehrlich gesagt. So, der hat nichts mehr zum Looten. Äh, oh. Das nehmen wir alles mit. So. Vor allem noch ein Dritter. Ach, der ist da hinten. Okay. So. Ähm. So, Spreadhaut. Nehmen wir natürlich mit. Einfach nur damit was verkaufen können. Weil wir wissen, wir brauchen jede Menge Geld in diesem Spiel. Hoch. Komme ich da hoch? Nein. Okay. So. Ähm. Berge, den fehlen dazu. Kritische Lösung. So, machen wir mal das hier. So. Wir setzen einfach mal die Hauptmission, äh, die, die, die aktive Mission auf diesen komischen Käpt'n. Dass wir da nicht immer rumswitchen müssen. So, aber das war's dann, glaube ich, hier, ne? Ja. Also, mehr war da oben, glaube ich, gar nicht. Weil da war das ganze Schiff. Und wir kamen, glaube ich, in den... Hallo? Ich musste außen rumlaufen. Ja, ist ja hervorragend. Ich glaube, wir kommen da nicht außen rum, ne? Tadadadada. Das sieht irgendwie auch so aus, als wäre das hier mega brüchig alles. Als wäre alles zusammengekracht. Sieht sehr schrottlastig aus, auf jeden Fall. So, waren wir hier schon? Das sagt mir zumindest nix. Achso, da kann ich nicht durchlaufen. Ist klar, auch gebückt geht das nicht. Ähm. Klack, klack. So, auf jeden Fall hat auch, ähm... Also, die, die, die Sicherheitsleute hier ein bisschen gepennt, glaube ich. So, Verkaufsautomat. Ach, das können wir runterrufen. Okay. Das machen wir doch mal. Ich würde gerne wissen, ob ich in den Frachter da reinkomme. Das muss doch bestimmt gehen. Die hat doch bestimmt eine Tür. Die Banditen wollten doch bestimmt auch was rausklauen. So, muss man da doch irgendwie reinkommen. Na, schau an. Da ist auch die Tür. Wusste ich doch. Ach, das ist da oben, glaube ich... Ach, nee, das ist mein Schiff. Ja, das ist mein Schiff. Äh. Da will ich hoch. Ich will wissen, ob ich da um das Schiff reinkomme oder ob die das komplett kaputt geschossen haben. Das wollte ich eigentlich vorhin gucken noch. Und dann war ich plötzlich hier unten gestanden. So, ihr wobbt euch natürlich ganz brav her. Finde ich gut. So, komme ich da irgendwie rein? Ich glaube, die haben den schon ausgeschlachtet, ne? Also, so wie das ausschaut, ist da nicht mehr viel übrig. Den haben die schon komplett ausgeschlachtet. Äh, was ich spannend finde, weil ich mich gerade interessiert, wie die das gemacht haben. Also, weißt du, wie haben sie das... Oder die haben den runtergeschossen. Das kann sein. Weil hier ist sonst auch nichts mehr? Nö, das war es dann. Also, hier ist nichts mehr. Man kommt hier nirgendwo rein oder sonst wo. Weil die das Teil einfach zerlegt haben, beziehungsweise runtergeschossen haben. Äh, und das sind halt die ganzen Einzelteile davon. Okay, gut. Ich komme da nicht runter. Ich flippe aus. So. Komme ich da hinten irgendwo hin noch? Ja, man kann hier drüber laufen. Okay, das war es. Na, Gott. Dann. Next. So. Wer wartet schon auf den Aufzug, bis er unten ist? Wir können auch einfach querfeldeinlaufen. Ist viel spannender. Dann, was haben wir hier? Stimulation. Okay, nehme ich natürlich auch gerne mit. Ist klar. Wer auch immer die da platziert hat. Ist bestimmt noch gut. So. Das sind wieder tollwütige Spreads hier. Ich schaff's nicht mal aus 5 Meter Entfernung einen kleinen Spread zu erwischen. Schön. Mega Troglo. Uuuu. Mega Troglo. Ach, das meinten die mit Troglo. Äh. Ja, die Viecher möchte ich auf keinen Fall als Haustiere halten. Mö, bescheuert. So, verstümmeln. Oh. So. I don't think that's working! Oh Gott der Rechte, wieso schießen die noch weg jetzt plötzlich? So, wo kommt ihr denn her? Furchtbar. So, okay. Hallo? Furchtbar, echt. Weißt du, ich wollte die anderen Viecher platt machen, da kommen die komischen Roboter daher. Äh, Schwäche-Tutorial. Auf deinen Abenteuern können deinem Charakter Dinge passieren, wegen dem ihnen eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen, doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Troglophobie. Du wurdest nach Vergangenheit wiederholt von Troglos verprügelt, was Spuren bei dir hinterlassen hat. Wenn du oder einer deiner Begleiter von einem Troglo angegriffen werdet, sinkt deine Leistungsfähigkeit im Kampf. Belohnung, ein Vorteilspunkt. Äh, ablehnen. Also, ganz ehrlich, ne? Das machen wir auf keinen Fall. So. 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 Ich hasse alles diese Viecher. Vor allem, ich mache eigentlich asozial viel Damage. So. Kann man das ganz gut kombinieren eigentlich? Gut, das funktioniert so semi-gut. Wieso mache ich denn so wenig Damage? Ich verstehe es nicht. Äh. Ich mache es erstmal, sie in die kleinen Viecher Platz zu machen. So. Okay, das gibt mir ganz guten Schutz hier. So. Haha, du kommst hier nicht rein. Oder? Haha. Ja, du großer, böser Bär. Ist kein Problem. Komm, ich schieße die ganze Zeit ab. Komm her. Nicht weglaufen. Sei ein guter, dämlicher Drohklo. Und stopp. Dankeschön. So. So. Da ist der Mega-Troglo tot. Da war es mal ein Mega-Troglo. So. Und tschüss. Sehr gut. So, die leben noch. Hervorragend. Ach, schön. So. Sublight-Schläger. Okay. Die hat es alle erwischt. Ich muss bloß ein paar Mal speichern und laden, aber ist gar kein Problem. Äh, weil ich habe herausgefunden, wie es geht. Einfach, ähm, in einem Eisenbunker verstecken und dann rausschießen, wie so ein Feigling. Aber hey, es hat funktioniert. Man kann über die, ähm, über die Methode kann man streiten, aber das, äh, das Endresultat finde ich gut. Aha, ich fliebe aus. Da war ein Stein hinter mir. Ich konnte nicht weg. Da war ein Stein hinter mir. Das lag nicht in mir. Ich bin unschuldig. So. So. Now, come here. So. So. Und tschüss. So, haben wir das auch. Ich finde den Gesichtsausdruck von diesen Drucklos geil. Schaut ungefähr so aus wie ich. Wenn ich wieder einen Haufen Geld ausgebe, gib mal die Kreditkartenabrechnung. Sieht, wenn ich sie suche. Nein! Teuer! So. So, dem fehlt ein paar Beinchen. So. 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 Soundeffekte Musik. Okay. So. 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 Oklu jäge Oklu jäge Wait